Heute zu Besuch in Hohenleibisch bei Kerstin Peetzold im Garten. Herzlich Willkommen zu unserer Reihe Zukunft braucht Herkunft. Mein Name ist Martina Mieritz. Ich möchte ganz gerne Leute in der Region vorstellen, die sich hier besonders und Kerstin ist ganz besonders engagiert und ich möchte gerne von dir wissen, warum bist du hier eigentlich so engagiert?